Schau, wie tief der unten hockt wieder. Naja, das Heck ist so hoch bei dir. Die Osten sind so geil, was der hat. Die sind doch die größte. Das ist normalerweise etwas anderes drauf. Du bist! Normalerweise, weil es die Zweifel ist, muss ich hier oben rühren. Das ist so schön, was?